Die Top-Bezirke in Berlin. Was ist in diesem Jahr? Wir haben jetzt das zweite Quartal 2024. Was war im ersten Quartal im Jahr 2024? Der absolute Top-Bezirke, den wir gesehen haben in den Transaktionen, erfährst du in diesem Video. Drei Bezirke hast du zur Auswahl. Wedding, Wedding kommt, höre ich seitdem ich in Berlin bin, das ist fast 20 Jahre her. Und ist er gekommen? Ist er da? Sind die Preise explodiert? Nein, das stimmt nicht. Wedding kommt nicht. Doch, vielleicht kommt er doch. Wenn ja, in welchem Mikrobezirk? Also, wenn du dich in Wedding umguckst, Innenstadtlage, richtig, richtig gute Lage. Du kannst aber auch gerne mal von einer weißen S-Klasse AMG totgefahren werden in Wedding, wenn du im falschen Bezirk wohnst. Also, bitte gucke genau, wo du kaufst in Wedding. Es gibt schöne kleine Tipps, erfährst du hier auf unserer Homepage unter blacklabelmobilien.de. Top-Bezirk, oberschöne Weide. Oberschöne Weide, absoluter Top-Bezirk, weil viele Start-Ups da rausgehen, denn es gibt dort Gewerbeflächen, die bezahlbar sind. Es gibt Wohnraum, der bezahlbar ist. Also, guck dir das bitte an. Du hast ein bisschen weniger weiße AMG-Autos da draußen rumfahren. Du hast ein bisschen bessere Luft. Du bist natürlich bis zum Andrasville-Chick. Cooler Tipp. Und der dritte Bezug, den ich ganz herzlichen kann, ist Tegel. Und zwar, der Flughafen, den gibt es ja nicht mehr. Das wisst ihr vielleicht schon. Fluglärm ist weg und da machen sie es in großen Tech-Gebiet. Da gibt es nicht nur Siemens-Stadt, da gibt es eigentlich das größte urbane Bebauungsgebiet in ganz Europa, was dort gerade entsteht. Also, wenn du jetzt kaufen willst, guck dich bitte in Siemens-Stadt um, guck dich in Tegel um, in Rhein-Neckendorf, Charlottenburg-Nord. Das sind die drei Bezirke. Wedding, wie gesagt, guck auf den Mini-Bezirk, dann Oberschöne Weide und das dritte ist Tegel, alles rund um Siemens-Stadt. Das sind die drei Hot-Buy's, wenn du heute Immobilien kaufen willst und auf Wertsteigerung abzählst. Also, wenn du Geld verdienen willst, mit dem Kauf deiner Immobilie.